In der Mitte haben wir auch noch einen Pool. Das ist das schöne Handbücher. Das gibt es überall. Das kann man einfach liegen lassen und weitergehen. Das ist echt das Schöne hier. Und den kann man auch von zuschieben, diesen Pool. Da ist halt auch bei schlechtem Wetter, hat man hier schön Sonne. Und hier hinten ist der Grill. Der hat bis 18.30 Uhr auch. Da gibt es die weltbesten Pommes Burger. Und hier drüben gibt es noch ein bisschen Spanisch.